Ich bin Martin Grünheit, Regisseur und in diesem Projekt der Künstlerische Leiter. Ich bin Meredith, ich bin der Größer-Coder und AI-Artist auf dem Projekt. Mein Name ist Helen und ich arbeite in der Produktion als AV-Designer. Ich bin Michael Streubig und ich bin der Dramaturg und Kubernetes von Regie KI. Martin, du hast gesagt, dass sich am Thema Künstliche Intelligenz im Theater insbesondere interessiert, wie Menschen und Maschinen miteinander kommunizieren. Ja. Ende Phase 3. Jetzt müsst ihr bestätigen. Meredith, es gibt eine AI, die während der Spielzeit ständig läuft. Kannst du ein bisschen erklären, was es macht? Ja, die AI ist auf Daten, die wir von den Performerern am Hause collectiert haben. Und wir setzen die AI, die Aufgabe, zu predigen, was die Emotionen der Künstler ist, an einem bestimmten Moment in der Zeit. Wir benutzen die Gesichter, die Körper, die Gesichter, die Gesichter und die Gesichter, um das herauszufinden. Wir konstruieren die Training Sets von Sessions, die der Künstler hat am Hause gemacht, wo wir sie für eine bestimmte Emotion haben. Angst oder Lieber. Und dann, mit diesen Training Sets trainieren wir die AI, um die Emotionen zu predigen, was er denkt, dass der Künstler performiert. Und dann, durch die Performance, das ist das immer, was er macht. Wir versuchen, eine Estimation auf welche Emotionen der Künstler ist. Was er denkt, dass der Künstler ist? Okay, Helen. So, in Regie KI, wir sehen, Artificial Intelligence, kommunikation mit den Künstler auf der Stelle. Wie verwendest du die AI, die Sprache der AI, so zu sprechen, in Autovisuals? Well, we have multiple approaches. So, we use graphic elements to display this data. We also use personalized models, 3D scans, that represents the performers. And then, we use references from the theater. I see a number. The number comes from the AI, and the number is a predicted emotion value, on how much the AI is predicting that emotion, basically. My name is Denise Thoma. Ich bin 34 Jahre alt und habe Veranstaltungskauffrau gelernt. Ich bin Jasmin, ich bin 21 Jahre alt und ich studiere Theaterwissenschaft und Germanistik. Oh, mein Wessel! Ey, das gibt's doch nicht. Was habt ihr dem Ding denn beigebracht? Ich fand's gut, Jasmin. Jasmin, was hat dich an dem Projekt interessiert? Ich bin ein riesiger Theaterfan und Fan vom Düsseldorfer Schauspielhaus. Somit bin ich eher Vertreter des Theaters in diesem Stück. Aber KI ist natürlich auch interessant. Ich hab in der Schule viel darüber gelernt und dementsprechend hat das ganz gut zusammengepasst. Wie hat sich dein Verhältnis sowohl zu KI als auch Theater durch das Projekt verändert? Ich hatte eigentlich gar nicht so eine Meinung zur KI und habe KI auch eigentlich vertraut. So ein Home-System haben wir ja auch. Ich war da eher offen, was KI angeht. Jetzt bin ich es eher nicht mehr so und bin sehr skeptisch geworden und auch vorsichtig geworden. Aber nicht wegen unserer KI hier auf der Bühne, sondern einfach wegen dem Hintergrundwissen, was wir uns halt aneignen mussten. Muss man denn vorher was von KI wissen oder muss man Techie sein, um in das Stück zu gehen? Das hoffe ich nicht. Man muss sich an sich für gesellschaftliche Prozesse interessieren. Also das, was ja ständig passiert, ist ja, dass die Interaktion mit Maschinen zunimmt und wir versuchen das hier mal aufs Tableau zu heben und sichtbar zu machen. Wenn wir jetzt vor und auf Niembrücken, dann können wir die Dich-Dich-Dich-Dich-Dich-Dich-Dich-Dich-Dich-Dich-Dich. Untertitelung des ZDF, 2020